Die Kugel ist außer Reichweite. Großartig. Okay, es sind nur die Hälfte irgendwie. Ja, die sind kein Problem. Ist natürlich nicht so witzig, aber... Boah, mehr hätte durchkommen können, finde ich. 15 Stacks. Warum kriege ich immer sofort... ...Konfusionen drauf in die ganze Scheiß? Ja, das sind hier irgendwelche blöden Messma-Ficher hier dazwischen. Ich habe auch noch eine Gruppe dazugezogen. So ist es richtig. Nein, sonst wird es ja halb so viel Spaß machen. Ihr Schlappers habt ihr choice. Spacephyram! No! Hier, Loomera. Das kann hurt. Oh, oh. Wie ein Daly bringt das alles gar nichts. Naja, es ist auch Zeit. Spirits should be impressed. Ja, komm. Ja, komm. Komm, wir sind einzeln jetzt. Das ist echt angenehm. Das ist ein bisschen blöder dabei. Hast du in der Zwischenzeit aber noch einen IQ-Test mit dem gemacht? Nee, das ist der... der... ...Lil-Ende. Das ist ja nichts vor lauter Blitzen. Die so dampft, oder? Ja, das ist schon... ...down. Am Anfang kann man vielleicht sogar in den Nahkampf gehen, seitdem ich nur bin. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Rache! Oh, wow. Oh, no. Oh. Habe ich dich? Nee, ne? Scheiße. Problem ist, Kevin, wenn du von uns wegläufst und vom Boss weit weg zu sein, dann kriegst du auch vom Heal uns auch nichts ab. Na, ich muss mich aber erstmal ein bisschen regenerieren. Oh! Bo an und? Defense, then Office ich habe mich jetzt verarscht nein oh nie scheiße ist noch einer von euch in Downstate? Niffi ich schaff das ja dann kann er euch holen wenn ich sie drinnen noch überlebe er kommt zu euch wer zu mir ist erstmal eine eine die das ist okay die die okay Das ist okay. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. 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 Ich konnt mich grad überhaupt nicht wehren. Nephi ist irgendwo richtig angeschlagen. Ja. Nein, ich kann nicht mehr dodgen. Dann musst du gleich weg dodgen. Krieger. Ja. Ich wusste nicht wie ich seh den... ah ok. Oh komm, das kriegen wir jetzt auch mal weg. Du bist aber garstig, ne? Ja, ist auf jeden Fall nicht nett der Kollege. Immer in schönen Bewegung bleiben. Nimm dich nicht auf jeden Fall. Du bist so schwer. Ja, ich kann mich nicht einfach mal weg sehen. Ich kann mich nicht auf jeden Fall. Soll ich nicht auf jeden Fall. Ja, ich kann mich nicht auf jeden Fall. Herr Woltski! Oh, wie nervig war der denn? Ach, da ganz hinten steht der? Tumba! Ja, der Typ hat es vorhin ganz klar. Also mal durchrennen, das wäre natürlich auch möglich. Mit Unsichtbarkeit. Mit Unsichtbarkeit hier, wie wir jetzt gerade... Das können wir gleich mal versuchen, oder? Ja. Jetzt ist es zu spät. Ja, ne, warten wir noch mal auf Cooldown und versuchen das mal. Das wäre noch ganz witzig. Warte, dass die alle weiter ihre Übungen machen. Ja, sicher. Okay, probieren wir auch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man die nicht von hinten abräumen kann, oder ob die wirklich alle auf einmal kommen. Die kann man abräumen, weil da sind... Einzel, Einzelgruppen meinst du? Ja. Ja. Wo versuchen wir das? Lass uns das mit der Unsichtbarkeit versuchen. Okay. Das wäre schon eine witzige Idee. Und wir kämpfen mit dem irgendeine Ecke und die machen gleich im Yoga. Das wäre schon lustig. Also erst losrennen, wenn das Haus über euren Köpfen wieder verschwunden ist. Okay. Nicht sobald ihr unsichtbar seid. Dann rennen wir total witzig durch, ja? Okay. 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 Total witzig rennen wir da durch. Ja. Ja. Okay. Ähm. Das ist so witzig. Ja. Ich finde das auch total witzig. Aua. Die Idee war cool. Da empfehlen wir in zwei Jahren noch sogar. Ja. Wie witzig war das? Ich finde das war total witzig. Ich fand's wirklich lustig. Ich auch. Das könnte nur noch nicht Spaß. Ich auch. Ich auch. Und wie wir da so lagen und da alle kamen. Cool. Ja. Ja. Und wir so aaaah Hilfe und so. Das war so witzig. Was? Weißt du doch, Mensch? Oh, ich muss mal weglaufen zur Strafe. Das war echt witzig damals. Ihr seid unmöglich. Ich finde eigentlich das selbte wie eine Frage nach oben, weil das so witzig war. Oh Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020